Schokolade. Schokolade, ja. In der Schweiz ist es für Schokolade bekannt. Ah ja, hast du auch gewusst. Unabhängigkeit in der Schweiz, oder? Oder nicht? Tennis. Spiele. Ja, Georges Federer. Zemola ist eine bekannte Wurst in der Schweiz. Käse. Rösti, Raclette, Fondy. Wenn es schnell gehen muss, gibt es Nudeln mit Aromat. Panten, Riesen. Und Ruhrwerke. Die Schweizer Ruhr. Typische Schweizer Wärte. Sind alle gut in der Schweiz, was soll ich sagen? Berufstolz, den Willen, das zu machen, was man auftreibt, bekommt die Einstellung dazu. Qualität. Qualität ist sehr wichtig. Gute Qualität geben wir. Ja. Qualität ist bei Eisenbegerei immer 100%. In der Schweiz gibt es wirklich gute Qualität. Sauberkeit. Und muss ich noch mehr sagen. Ja, also pünktlich sind Stimmen. Bei mir ist Pünktlichkeit eigentlich ein grosses Thema, weil ich gar keine Zeit, um zu sparen zu kommen. Ich muss das schauen, dass ich pünktlich bin. Schauen, dass der Kunde auch wirklich das bekommt, was er will. Auch in der Qualität, die er will. auch in der Qualität. Ein Kochlischrank auf Schweizerdeutsch heisst... Kuchig Cashly. ... ... ... ... ... ...